Wie ist die Energie-Dichte der Batterie in Zukunft weiter deutlich nach oben entwickelt und somit auch die Reichweiten deutlich steigern werden. Und an der Entwicklung wollen wir natürlich mit dem BMW 3 auch partizipieren. Wir gehen davon aus, dass wir mittelfristig auf eine Sicht von fünf Jahren ungefähr eine Verdoppelung der Reichweiten sehen werden. Wobei wir auch sagen, Reichweite allein ist nicht alles. Wichtig ist, dass das Gesamtkonzept passt und wir in Summe ein nachhaltiges Konzept über den Lebenszyklus darstellen können. Somit zu große Batterien sind in der heutigen Phase noch nicht der richtige Ansatz. Ja, es gibt durchaus Konzepte bei anderen Herstellern, die Batterien vermieten, einzeln vom Fahrzeug. Wir haben uns bei BMW auch geprüft und uns dagegen entschieden. Wir sehen Batteriemiete als mögliches Instrument, um Kundenängste, dass die Batterie nicht halten könnte, zu beruhigen. Das, glaube ich, brauchen wir bei BMW in der Form nicht. Wir geben acht Jahre Garantie auf die Haltbarkeit des Akkus und das ist als Maßnahme dafür absolut ausreichend. Eine Batteriemiete werden wir bei BMW in der Form nicht anbieten. So, we expect also for the upcoming years that the energy density of the lithium-ion batteries will increase and therefore also the range of electric vehicles will go up. And of course we for the BMW i3 will participate in this development. We expect that in a, let's say, time frame of about the next five years, we will see about a double range compared to today. So, there is still some room for increase of electric ranges. However, we also have to state that electric range alone isn't everything. We always have to keep in mind a holistic approach of sustainability, where an adequate range has to be proven. This is correct. We see that other competitors offer a rent of the battery separate from the vehicle. We evaluated this concept for BMW i3 as well. However, we think that this is mainly a measure to calm customers' doubts if the battery really lasts a long time. And as we offer an eight-year warranty for the battery, we don't think that the separate battery rent is a valid measure we have to use. So, we won't offer this for BMW i3. We got it. Vielen Dank.